obi sagt ja ich höre ich ich ja 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 ich hab kurz mit groß da war so ein klopfen im kabel ich habe schon geschnitten der auf der spaß so steht bei jedem tux und fußballspieler in den trikots oder galla dinge telekom braucht er ich mache so lange bis 10.000 noch so oder so auch mit dir du stirbst doch hier ist es auch so ich sterbe als erster sagt der sport der jeden tag jedes mal vom fenster stehen bleibe ich habe vier leute mit cfc ohne dass noch drei Sogar keinen geholt, das wäre lustig gewesen. Halt die Frist, du Spass. Nein. Ja. 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 Ich glaube schon. Alter, was drückt der Start, der Spass. Für seine Strategie, ne? Nicht mal, das macht der. Ja, scheiße. Halt die Fresse, du Spass. Fick nicht. Ich glaube, die ist in Obe. Oder auch nicht. Auch das, du auch kommst, Digga. Habe ich ihn gesehen. Bei mir schießt Kaviar ab. Lackerset. Oh, wieso bist du wieder nie mehr gesporned? Um dich umzubringen. Fick nicht. Erstmal Klotz am Bein loswerden, Digga. Digga, passt auf, dass ihr die anderen nicht fust, ne? Kai Walker. Spass nicht so sein. Hä? Alter, dass das kein ausgeworfen ist. Oh, du dummer. Oh, du dummer jammuch. Das nehmt ihr Kili doch. Du dummer japsen. Oh, er hat uns weiter erwischt Kaviar. Ah, das ist gut. Pass auf, der ist aber in Tamba um, ne? Schade, dass Jus kein Panzerfaust hat. Du hast den Teammate abgezogen, Teammate, er hat voll den Teammate abgeknallt. Mach doch nichts, warst du das zufällig? Los du musst das jetzt schaffen, Frost ist nur noch am neben. Hä? Durch Frostwolle! Was ist das? Du Sposti alter! Voll die Zangen geklemmt! Scheiße, Piola, er wollte mich mal in den Krieg schnisch, Sposti! Das mach ich jetzt auch, Digga! Das war so geil gerade, ey! Ich wollte er knallt, er knallt, ich bestimme auch jetzt ab! Ah, top man! Ah, das ist schuldig, er läuft zwischen deinen Schuss! Digga, warum sind wir hier nie ein Scheiß geworden? Doch, doch, die Mette! Tz-Tz-Tz-Tz... ocke aus der Menge! N-n-n-n-n-n-n-n.. Nee! Nee! N-n-n-n-n-n-nö! wo kommt doch rein ja tutscht du scheiße sie kann man nicht wird strom einsetzen die strom ansetzen ein spieler spielt wird sich das für dich erledigt gespürst ich habe gar nicht zu schauen ja dann bis letztlich alle durchsposten so was machst du da jetzt an der strategie ich wurde entdeckt von wo was die scheiß kameras bleibt dicker sind das opferspieler im alter er pumpt sich nur neben auf der nein ich sehe das durch den weiten umgebracht ja das war es auch gar nicht aber auch nur ja 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 ich weiß du war du war du war du war scheiße ich hab den falschen knopf gedrückt nein mal scheiße das ist zu schneller reflexe nein du fuhren so dass so ein glückspilz kann ich diesem trick der depot hat echt nichts durfte spaß wenn er das an seinem namen nicht ändern kann doch da kommt man für zehn euro 10 euro das ist wieder die geist das behinderte spieldecker noch dies eigentor halt die fresse du spaß die fresse du spaß ich hab ronaldinio lang ja ja halt deine fresse nein nein hat er nicht der ist behindert er ist jetzt von der japanischen version ich komme der höhle auf stadt zu spüren nein sonst kriegst du sperren erblendet mächtige habe ich doch nein und sind er hat damit angefangen digger stefan ja anscheinend du huren söhne du huren söhne okay digger du huren söhne alter würde auf stadt zu drücken spaß die ja stefan wie kann man denn die melden gemeldet ja dorian orient er macht auch tor ist das sein ernst sie gehört meine abwehr ist echt dumm digger das war es ja mal kurz droht ich tötte sie gleich Alter wie kann ich mal bitte umfalten Komplett umbringen Da hast du noch ein Tunnel Wenn er so nun mal stirbt Wenn du ihn eingeschossen hast Du Missgeburt Alter Du scheiß Missgeburt Ja mach ich Alter Spielverlassener Idiot Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert Ich wurde nicht Ich wurde nicht Das hast du verdient Das hast du richtig verdient So jetzt siehst du mal ein paar Spots Digga was gesagt habe ich auf der Wechsel Hä? Ich wollte ihn zwingen Ja Ähm Wie heißt das? Ich sehe den Namen nicht Stefan der Hurensohn Hurensohn Hehehe Hulands Überspieler Ist das? Digga wieder beliebt wie du Arsch D Origins Dummer Hurensohn Passt Spost. Ja, aber ich zählt der Wechsel. Welche Runde seid ihr denn? Am Nakutum. Egal. Wie viel steht's, sag dein Ware, wie viel steht's. Okay. Ich hab die Beine umgelegt. Ja. Ich warte, bist du hier rausfliegen, Nigga. Was, wenn die dich auch vielleicht abballern? Der wird den Verrecken, ne, Wichse? Ich weiß sie, wie oft die... Ich weiß sie, wie oft die... Okay. Digga. Die Dicken im Schiffers Nuss und Peer hatten geschießen sie gegenseitig ab. Das Ding ist halt gut und ich... Ich darf nicht mehr schießen. Ja, ich hab schon zwei Schiss. Alles so okay. Der eine war eh verletzt und sein Kollege war gerade, ihnen zu helfen. Das war meine Chance, Digga. Nein, das war Stefan und dieser... ...Dor... ...Dorian. Ja. Ja. Na, was wird die jetzt machen, ich wichse, hä? Nein, noch so ein Ding, du Eierkopf. Aha, der hat mich... ...abgeschossen. Egal, der hat Hälfte seines Lebens verloren. Er kommt zu dir, pass auf. Oh. Ja, ja. Blende die. Ja, ja, ja. Die sind gar nicht geblendet. Oh, die Backe ist geblendet. Die Beine ist geblendet. Wieso macht er nichts? Er macht... Magazinwechsel! Er will dich runterkicken. Äh? Wegst du, Magazine! Äh? Äh? Der noch ganz wenig. Ganz wenig. Ganz wenig. Ja, er steht nicht dran, wie viel man... ...wieviel er hat. Ganz kleines Balken hat er. Man hat auf den Dings gegucken. Ist schon tot, dann kannst du nachgucken. Das ist so roter Balken, das siehst du doch selber. Ah. Der wäre verrückt, nicht? Dann hast du Dings. Guck mal wie er entwickelt ist! Scheiße drauf. Komm an mir ein, wieder, wieder, wieder. Oh, oh, oh. Das war der Echt. Oh mein Gott. Wer hat der tüchtige Bock hat auch fast nichts mehr. Was macht der denn für eine Scheiße, Junge? Vielleicht kriegen wir eine Rangsperre, Digger. Wir haben noch gewor... Oh, ne, ich dachte schon, wir haben geworben. Verloren, als wir... Jetzt ist es zu spät. Oh, bewegt denn Ashto hoch und zu? Oh, was war das? Mal gehören die noch drinnen bleiben. Digger. Jetzt reicht es mal mit dem Dauer auf Tod, ne? Was für zu machen, na? Dumme Idiot, Alter. Sof du irgendwie eine Chance gegen mich hätte ich sein. Vielleicht nehmen wir ein Schwert. Und ich selbst mit einem Arm fertig machen. Nichts zu nutzen. Ich nehme meinen Tag rankermesser, da ist keine Chance. Die Fris und Spaß. Oder ich zünde dich an, Digger. Von Oettinger. Digger, ich dachte, wir bleiben mit dem Team zusammen. Meine Taktik war immer noch am Geizen. Warten, bis er kommt und dann beide ausmocken, Digger. Ja. Ja, Mann. Ich muss den Klipp mal abschwecheln, Digger. Und du kannst schicken. Ja, Mann.